Gönnen Sie sich eine Auszeit vom stressigen Alltag. Bei Nail Up von Nicole Scheucher hier in Vonsdorf dreht sich alles um die innere und äußere Schönheit. Seit gut zwei Jahren gibt es Nail Up hier in Vonsdorf und man hat sogar weitere Ausbaupläne. Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltagsstress und lassen Sie sich verwöhnen. Bei Nicole Scheucher in Vonsdorf. Kundenberatung und Top-Produkte lassen die Kundinnen erstrahlen. Das Beauty-Angebot umfasst nicht nur Nagelpflege. Also Nail Up wird jetzt zu Beauty Up, weil wir einfach die ganzheitliche Kosmetik mehr anbieten wollen. Das heißt wirklich Ernährung, Sport, Vitalität, Gesundheit und natürlich auch das perfekte Aussehen. Also Make-Up ganz wichtig, jetzt wieder auf Farbe setzen. Wir haben Sommer, wir wollen was sehen und wir wollen frisch aussehen und strahlen. Typgerechte Beratung und Abstimmung der passenden Pflegeprodukte zum jeweiligen Hauttyp sind das A und O der Gesichtspflege. Die perfekte Pflege ist ganz wichtig für jeden. Das heißt wirklich die abendliche und morgendliche Reinigung und natürlich dann die perfekte Pflege für den Tag oder für die Nacht. Sonnenpflege natürlich nicht vergessen, das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch im Winter wirklich auf Schutz setzen. Welche Pflegeprodukte verwenden Sie? Wir verwenden Malowilz und Janda Say. Was sind die Besonderheiten dieser Produkte? Dass wir wirklich Wirkstoffe haben. Also es geht wirklich darum, wir brauchen Wirkstoffe. Im Studio legt man viel Wert auf innere Schönheit. Also für uns ist natürlich die ganzheitliche Kosmetik ganz, ganz wichtig, weil einfach viele Aspekte da mitspielen. Das heißt, wenn jetzt jemand wirklich Hautprobleme hat, dann können wir ihm helfen. Und das kriegen wir natürlich nicht einfach mit einer Behandlung hin, sondern brauchen ein komplettes Konzept. Wichtig ist natürlich auch einfach die innerliche Schönheit. Das heißt, wenn wir wirklich ein bisschen was für uns tun, wenn wir uns gesund ernähren, uns ein bisschen bewegen und einfach wohlfühlen in unserer Haut, dann strahlen wir schon viel, viel mehr. Also besonders wichtig ist uns einfach, dass die Leute wirklich einfach kommen und sich beraten lassen. Wir machen da einfach so 30 Minuten kurzes Beratungsgespräch, damit wir auf komplett dieses Problem oder das, was wir beheben wollen, eingehen können. Gerne kann man uns auch auf Facebook, Instagram oder YouTube verfolgen. Da stellen wir auch immer so ein paar einfach kleine Tipps und Tricks rein, die vielleicht für jeden wertvoll sind. Ganz neu jetzt bei uns, auch bei Beauty Up, Nageldesign-Ausbildung. Das heißt, wenn schon jemand Erfahrung hat im Bereich vom Nageldesign, schon eine Ausbildung hat, er möchte sich gern perfektionieren und sich optimieren, ihre Kunden wirklich glücklich und zufrieden machen, dann sind sie bei uns genau richtig. Fühl dich schön im Beauty-Studio Nicole Scheucher in Vonsdorf.